Ja, hi Freunde, hier ist der RoboCraft. Ich grüße euch ganz herzlich. Leute, wir sind heute etwas festlich gekleidet. Im RoboCraft-Video war es noch festlich. Da habe ich noch gezeigt, wie ich mich geschminkt habe. Jetzt habe ich mir gedacht, wenn wir schon heute bei der EM-Folge sind, dann gehen wir natürlich auch mit EM-Schminke und EM-Kette und natürlich auch EM-Sonnenbrille datteln. Wobei mir aufgefallen ist, bei RoboCraft ist es nicht ganz so gut, was heißt angekommen. Aber ich habe sehr wenig gesehen, also legen wir die heute ausnahmsweise mal... Ich habe mir jetzt auch schlauerweise, äh, wie heißen denn die? Die Ohrstecker vom Ding reingebaut, gemacht. Die, diese, diese kleine halt. Okay, Freunde, wir spielen heute unsere EM-Folge. Wir gehen eine Rolle spielen. Wir gehen heute natürlich wieder einen Überraschungshelden machen. Warum? Weil es einfach ein geiles, äh, weil es ein geiler Mode ist. Und ich hoffe, dass er hier, ähm, implementiert, interpoliert, implementiert, damit eingebaut wird. Okay, äh, verdammte Wörter. Okay, Freunde, wir sind schon im ersten Match. Ähm, für alle Overwatch-Zuschauer, ich weiß nicht, ob ihr auch zufälligerweise... Wer ist denn für euch der Favorit für die EM 2016? Wie haben wir das letzte Mal gemerkt? Es ist relativ scheißegal, welchen Charakter und Champion ich nehme. Denn wir werden sowieso gewechselt. Also gehe ich jetzt erstmal auf den Angriff. Gehe ich jetzt... Ich fand die letzten sehr cool. Ich gehe jetzt mal die nehmen. Ich war kein Fan von ihr. Aber man lernt so durch dieses Überraschungsheld. Lernen wir so ein bisschen die Champions kennen. Und spielt die dann vielleicht auch ein bisschen lieber. Mal hier kurz das Mikrofon ein bisschen. Ah Freunde, aber ohne Sonnenbrille fühle ich mich heute so nackt. Wobei ich sehe sowieso aus wie der letzte Vollhonk. Und ich müsste mal fast wieder meine Haare schneiden. Die sehen so ein bisschen lang an der Seite. Okay, und las geht's. Ciao. Wir sind... Äh, wir sind... Tracer. Tracer. Hallo. Danke. Ey Freunde, weiß das jemand von euch? Ich wurde letztens so direkt angesprochen. Also was heißt direkt angesprochen? Aber hier im Game hat dann jemand gesagt. Hey Tracer, ich find's cool wie du deine Augen trägst. Oder sowas in der Richtung. Äh, weiß jemand wie das geht? Vielleicht hier auf C und dann... Auf Spruch? Ne, äh, brauche Heilung. Beim Sammel-Ultimeter bestätigen. Emote. Danke. Danke. Ich bin mal gespannt, wann der erste Beat oder Track hier kommt. Gehen wir hier raus? Hier drüben steht der Revolver-Dude. Reinhardt. Drei, zwei, fünf... Und wir probieren's gleich hinten rum. Oh, fuck! Dass ich natürlich ja gleich wieder diesen blöden Troll in die Arme laufe. Es ist unglaublich. Aber halb zur Welt. Wir sind heute, äh, in EM-Stimmung. Ich geh heute auch noch... Er hat sogar einen Headshot mit das Ding gedrückt. Wer? Soldier. Oh, fuck. Ich hab grad voll auf den Pop-Killer gespuckt. Aber volle Lotte. Ich bin ein Mopper. Hi, Reinbart. Da soll sein Schild gleich down gehen. Schieß deine Raketen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wann haben wir den? Nein, die haben wir nicht getroffen. Oh mein Gott, das war awesome. Das war ein awesome Moppet. Da oben ist wieder... Geschützt. Was? Nein, der Monkey war hinter mir. Monkey, Monkey, Monkey. Oh mein Gott. Freunde, äh, ich hab schon vorhin in Robocraft gesagt, wenn wir gewinnen, gewinnen die Deutschen. Wenn wir nicht gewinnen, dann gewinnen trotzdem die Deutschen. Oh yes, oh yes, oh yes. Warte mal, was war jetzt nochmal Left Shift? War ein Bällchen um mich, oder? Holy shit, was war denn das? Oh mein Gott, hat er ihn zusammen gerackt? Ist hier unten was? Hat sie gerade so angehört? Wir gehen mal kurz nachladen. Oh Schweini, Schweini. Wir gehen einfach mal rumfrettern. Wir machen das ganz genau wie, äh, Junkrat. Oh, da hat er gefressen. Da hat er schon hardcore gefressen. Oh, den wollte ich jetzt gar nicht treffen. Oh, wir haben ihn gerackt. Oh, Monkey, Monkey, Monkey. Kurz nochmal nachladen, ne? Sehr schön. Wir müssen einfach nur bis hier vor. Komm schon. Oh mein Gott. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Komm schon. Wir brauchen unser Bällchen. Da ist der Affe. Nein, wir sind dead. Scheiße. Mich hat echt der Affe weggerägt. Nein, 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 nein. Das war nicht sehr schön. Das war nicht sehr schön. Ey, wobei ich ja langsam diesen Tank so ein bisschen feiere. Ist zwar so ein bisschen lang. Oh mein Gott, wir sind May, Freunde. Wir sind May. Okay, und jetzt schön fokus. Wir müssen den Truck hier begleiten, ne? Können wir hier hoch? Ich probier's mal. Nein, wir kommen hier nicht hoch. Scheiße. Oh yes, oh yes, oh yes. May spiel ich ja sehr, sehr gerne, bekanntlicherweise. Oh yes, oh fuck. Nein, komm schon. Wir warten das, wir warten das, wir warten das. Oh, Bastion, du miese Drecksau. Okay, keine Action. Wir werden schon noch was gewinnen. Aber ich hatte auch sehr low HP. Wer bin ich jetzt? Bastion. Im Angriff ist der ein bisschen träge. In der Verteidigung äußerst effektiv. Hi, Winston. Oh, 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 oh. Hallo. Wo ist Winston? Oh, das war... Wo ist er denn? Hoffentlich kommt er nochmal zurück. Ich stelle... Ich probiere es dann einfach, mich aufs Auto zu stellen. Ey, wer hat ihn hier geschossen? Der Stieber. Oh nein, oh nein, oh nein. Tracer hinter mir. Einmal, wenn ich bestend bin. Nein, nein, nein. Das ist schon wirklich Trauspiel. Ich habe es halt nicht mal gerafft. Und ich baue mir sogar noch mein stationäres Geschütz auf. Nein. Freunde, was machte der? Ich hatte den noch nie. Ey. Kugeln, die den erlittenen Schaden des Gegners erhöht. Das wäre der Harmonierkugel einer Verbündeten heilt. Okay. Oh, das war ein verkehrter Knopf. Er ist nicht sehr effektiv, glaube ich. Oh, wir haben ihn gerackt. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Wir müssen kurz... Müssen wir nicht nachladen? Doch. Erwähnen. Ich weiß gar nicht, wie ich hier heilen kann, Freunde. Kann ich immer heilen? Oder habe ich Cooldown? Wo wird denn hier geschossen? Hier oben? Oh mein Gott. Wir haben ihn gerankt. Wir haben ihn gerankt, Freunde. Sehr schön. Scheiße. Ich glaube, ich muss ihn erst anvisieren. Äh, wie mache ich nochmal? Hier einmal. Hier einmal. Du bekommst auch nochmal Medic. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Freunde, ich glaube, wir sind gar nicht so schlecht mit dem Dude hier. Auch wenn ich es jetzt nicht so gut kann. Scheiße, wir schaffen es aber nicht. Ein Geschütz versperrt uns den Weg hier oben. Sehr schön, wir haben das Geschütz sauen. Was ist denn meine Ulti? Leute, ich muss ganz kurz nachschauen. Ganz kurz. Äh, das war der Fallcheck. No? Mach dich unverwohnbar. Heilverbündet in der Nähe. Sehr schön. Hinter dir, Kollege. Soll ich mir das vielleicht kurz aufheben? Oh, wir haben ihn gerankt. Wir haben ihn gerankt. Oh mein Gott, Freunde. Ich glaube, ich bin wirklich gut mit dem Dude hier. Oder ist das gerade vielleicht ein Zufall? Wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen. Wir haben noch die Ulti. Oh, Leute. Komm schon. Wir werden doch noch gewinnen. Oh, yes, baby. Oh mein Gott, nein. Jetzt war ich so gut mit dem Dude. Ich brenne sogar. Leute, ich brenne sogar. Ist das amazing. Ich wollte es immer nicht spielen, weil ich mir immer eingebildet habe, sie sind viel zu schwer zu spielen. Aber es hält sich eigentlich in Grenzen. Wir sind Bastion und wir brennen immer noch. Oh, wir haben drei Bastions. Wait. Oh mein Gott, Freunde. Wir haben gewonnen. Wir hatten auch drei Bastions gerade. Das war schon ein bisschen unfair. Wo bin ich denn? Mofa-Game. Ich bin auch so ein kleines Geschützturm. Tracer. Weiß ist ein bisschen unfair, unhöflich, dass ich hier mitten im Gefecht oder Ding trinke. Aber YOLO, nein, komm schon. Immer bin ich immer in einer miesen Frag-Szene. Bitte ich. Nein, warum bin ich nicht drin? Ich will gar keine Voten. Aber es war ein... Ja, es war ein gutes Match, möchte ich mal sagen. Es war nicht unfair. Oh, wir haben schon wieder zwei Rager. Freunde, es ist... Aber alles wieder grün. Loot-Box, Bitches! Sehr schön. Ich hoffe, diesmal bekomme ich ein bisschen was Anständiges. Äh, bekannt. Soldier hat zwei Kills, ja... Oh, scheinbar habe ich den gar nicht so oft gespielt, kann das sein. Okay, wir öffnen die Loot-Box. Und wieder auf diese Grippe hier. Ah, wieder nur Kacke wahrscheinlich. Mercy Skin, den haben wir schon. Das ist ein Ninja-Spray-Logo. Volk-Volk-Volks-Kaja-Industries. Äh, wir nehmen... Ah, Verteidigung, ha? Dann nehmen wir... Wir probieren es einfach nochmal. Vielleicht sind wir ja in der Hoffnung, dass wir da tatsächlich Mei sind. 72. Ein Level 4 ist dabei. 91. Holy shit, Freunde. Das wird schon kräftig schwer. Ähm, schwer. Also, rein... Wenn wir es jetzt hochrechnen würden, dann wären die wahrscheinlich weit über uns. Äh, sogar enorm über uns. Sogar die zwei zusammen haben, glaube ich, ein höheres Level. Also, wenn wir es zusammenzählen, äh, wie wir hier, glaube ich. Naja, 100. Dann wären wir schon ungefähr knapp bei denen. Der hat nochmal 72. Ja, doch, das könnte hinkommen. Das sind die zwei höher als, äh, unser Team. Okay, das ist wundervoll. Jeder Tod bedeutet... Halt die Waffel jetzt. Hallo? Hallo? Oh, das wird wieder eine Hardcore-Map. Das wird wieder richtig krass. Hallo? Aber gefällt mir sehr gut, die Map. Wenn jeder seine Funktion... Und, Freunde, ganz kurz, by the way, äh, weil wir schon so festlich, äh, dabei sind, gebe ich euch heute nochmal einen kleinen Tipp oder vielleicht eine kleine Hilfe. Und zwar, ihr nehmt euren... Wie nennt er sich denn? Der... Sonarpfeil. Ihr benutzt euren Sonarpfeil. Lauft runter bis komplett zur Base. Also, vor allem, wenn ihr Verteidiger seid. Hier geht's rum. Entschuldigung. Wenn ihr Verteidiger seid und schießt einfach mal in die Base rein, dann seht ihr eigentlich schon, welche Champions die Gegner hier so haben. Hier haben wir eine Mei, hier haben wir eine Ninja. Ah, schade. Leider reicht's nicht mehr für Next, ne? Hier ist noch einer. Oh, der hat sich als Geschützturm hier verwandelt. Eine Sekunde... Vier Sekunden noch. Drei, drei, drei und go, 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 go. Sehr schön. Hier haben wir Mei. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Wir bräuchten kurz einen Medic. Haben wir keinen Medic hier? Oh, oh. Nein, 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 nein. Dämlicher Affe. Ich kann ihn halt nicht spielen. Die anderen spielen ihn mal sehr, sehr gut, aber ich war vielleicht auch gerade ein bisschen offensiv. Er hat sogar zwei Kills gemacht. Drei. Not bad. Ich hoffe, ich bekomme jetzt wieder nicht den Affen. Wir sind Musikboy. Sind wir jetzt dreifach so schnell? Ich habe auch schon mit dem sehr, sehr hart gerockt, muss ich sagen. Also Ryan hat, war wirklich mit dem keinerlei Probleme. Oh, 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 wrecked, bitch. Mein Chill-out. Chill-out-mix. Hier hinten nochmal. Ach komm, ihr baut echt ein Geschütz um hier unten hin. Nein, warum ziehe ich raus, wenn ich nachladen muss? Gott verdammte Kacke. Ah, das war schon mies. Ich frage mich auch, warum ich denen überhaupt Beachtung geschenkt habe. Ich hätte eigentlich nur zurückgehen müssen. Aber ich wollte bestimmt nur den nächsten Champion antesten. Oh, mit der habe ich auch sehr gut gerackt hier. Scheiße, ich habe echt den Punkt verloren. Verladen im Verbündeten. Ein Schild platziert. Ein kleines Energie. Wo ist denn die Tür? Äh, hier drüben. Was war das jetzt? Verladen im Verbündeten ein Schild, platziert ein kleines... Ah, okay. Ich weiß schon ganz genau, wo ich das Ding hier hinschustere. Nämlich ganz genau hier hin. Oh, oh. Mein Schild schützt dich. Holy shit. Äh, ey. Wir können doch nicht eh machen. Doch, wir können natürlich eh machen. Warum geht's denn nicht? Oh, oh. Oh, mein... Oh, sie haben's kaputt gemacht. Oh, mein Gott. Wie amazing ist das denn? Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, oh. Leute, wir müssen halten, wir müssen halten, wir müssen halten. Oh, fuck. Da hat's schon wieder geklappert und geknistert. Wir haben nichts geschafft. Wir hätten vielleicht noch ein Ding aufbauen können. Noch eine... Wie heißt denn? Ähm, ähm, ähm... So ein... Ähm, ähm, ähm... Teleporter eventuell. Komm schon, ich brauche... Oh, Leute. Wenn wir das noch schaffen, dann rockt es hier richtig, glaube ich. Sehr schön. Ah, fuck, jetzt hab ich schon gedacht, das ist mein Mate. Sehr schön, sehr, sehr, sehr schön. Hier hinten kommt schon wieder was, glaube ich. Ich hoffe, die sehen das nicht. Und hier schön fokussieren. Nochmal kurz nachladen. Die dürfen hier nicht auf den Spot kommen. Schade, äh, dass die Leute immer das Ding hier raffen. Wir machen es einfach so, wie wir es gelernt haben. Einfach ein bisschen pre-fighten hinter dem Zeug, da wo sie euch nicht erwischen können. Oh, yes, bitch! Der soll hier ruhig... Haben wir ihn gerankt? Oh, wir haben hier ne... ne Ding... Ähm, wie heißt der denn? Er ist unverwundbar. Und Rädchen abwärts, Baby! Was für ein Knopf muss ich drücken, Freunde? Was für ein Knopf? Welcher Knopf? Nein, hier ist gar nichts. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab, glaube ich, den falsch gedrückt. Oh mein Gott. Was hab ich denn hier gemacht? Probieren wir einfach ein bisschen über Bante zu spielen. Falls hier rechts jemand kommt, soll man den eigentlich vielleicht ziemlich hard rappen. Die werden oben kommen. Einfach ein bisschen hier raus pre-fighten. Wo sind denn die jetzt hin? Oh, wir haben sogar jemanden eliminiert! Wir haben jemanden eliminiert! Oh, komm schon! Schade, schade, schade. Oh, der hat Ulti. Nein! Nein, Mercy! Wie kannst du mir das antun? Gerade wo ich meine Ulti hab. Jetzt hab ich mir gedacht, für die brauch ich definitiv keine Ulti. Aber ich hab's dann trotzdem verloren. Nein, das war Soldier sogar. Schade, schade, schade. Oh, wir haben Eskimo, Baby. Sie dürfen nicht captionen. Sie dürfen nicht captionen. Ist Farah? Oh, yes! Wo ist er denn? Der muss hier rumkommen, glaub ich. Ich hab ihn noch gesehen. Mach ich ihm einfach mal den Sack zu. Kurz fokussieren. Äh, fokussieren. Oh, da sind mir gerade ein bisschen zu viele. Oh, fuck, 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 fuck. Ich wollte doch meine Mauer bauen. Das war jetzt eine Fehlinfo. Was heißt eine Fehlinfo? Eine Fail-Situation. Denn ich wollte meine Mauer hinbauen und hab sie schon vorher benutzt gehabt. Das war ein bisschen kacke gerade. Ah, schade, 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 schade. Wir haben noch eine Eliminierung. Wir sind Reinhardt. Okay, ich probiere mein Bestes mit Reinhardt. Ich bin allerdings kein guter Reinhardt. Aber wir gehen uns einfach mal Mühe. Einfach immer ein bisschen den Kügelchen ausweichen hier. Oben ist Hondo wieder. Mein Schild ist fast kaputt. Müssen wir hier kurz aufladen. Soll aber relativ schnell gehen. Unser Schild ist wieder fully aufgebaut. Fully healed. Ha, ha, oh nein. Sag bloß, wir wurden gerackt von Hondo mit einem One-Click. Really? Oh, really? Freunde, das habe ich ja noch nie gesehen. Ah, Reaper bin ich jetzt eigentlich auch nicht so sonderlich gut. Aber wir probieren es einfach mal. Äh, was ist das? Ist unverwundbar, glaube ich. Scheiße. Oh, wie haben sie gerackt? Wie haben sie gerackt? Nein, ich baute mich. Oh mein Gott, Leute. Wie dämlich ich doch bin. Sehr schön, sehr, sehr schön. Nein, nein. Wer ist denn das? Der Geschützturm. Jetzt sagt die schon wieder, das ist das Best-Gen. Äh, ich habe jetzt nicht viel geleistet in der Runde. Aber ich habe auch so Champions gehabt, die ich eigentlich sehr ungerne, beziehungsweise überhaupt nicht spiele. Oh mein Gott, wir sind wieder der Typ. Mit dem haben wir doch einigermaßen gerackt. Feindlich ist geschützt aus dem Verkehr. Das war jetzt nochmal Mailteil. Äh, äh, Left Shipped. Hier oben ist jemand. Komm schon, komm schon, komm schon. Sehr schön. Mercy down. Oh, wir haben ihn gerackt. Wir haben ihn gerackt, Freunde. Leute, also, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe auf jeden Fall mit dem Sphären, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Äh, mit dem brenne ich dann komischerweise immer. Oh mein Gott, Verlängerung. Und wir haben gewonnen, Freunde, wir haben gewonnen. Sehr schön. Äh, hätte ich mal gesagt, das war wirklich mal ein GG. Also, war ein schönes Game. Schön ausgeglichen und nicht so unfair. Ähm, wie immer diese... Oh, Freunde, ich! Mit dem Dude, mit dem habe ich noch nie gespielt. Ich verspreche es euch, ich habe mit dem noch nie gespielt. Oh mein Gott, habe ich gut gerackt. Oh mein Gott, Freunde, das war doch mal... Warum bin ich dabei? Hoho, Freunde, das gefällt mir. Freunde, heute Abend, 21 Uhr, äh, fängt das Deutschlandspiel an, beziehungsweise, ich glaube, ist Ampfe vom 21 Uhr. Äh, wir gehen heute noch ein bisschen streamen, allerdings, äh, Robocraft und auch nicht sehr lang. Ich denke mal so ab 16 Uhr, vielleicht 17 Uhr eventuell, äh, bis um, ja, 3 Stunden. Ich denke mal vielleicht bis 20 Uhr. Ähm, ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid, ähm, und das war's schon wieder von dieser Folge. War ein bisschen chaotische Folge heute, aber ich glaube, uns sei verziehen. Ich bin heute ein bisschen aufgedreht wegen, äh, ähm, EM-Spiel. Und, ja, da war's auf jeden Fall von meiner Folge. Dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Bis dann, macht's gut, Leute. Euer Wuppermirchen. Bye-bye.